Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading. In diesem Video bereiten wir uns intensiv auf die wichtige kommende Handelswoche vor. Das Video ist vollgepackt mit Informationen, das solltest du nicht verpassen. Zu Beginn des Videos sprechen wir über einige Grafiken und Makrodaten und wir beginnen mit Smart Money vs. Dumb Money. Da hatten wir zuletzt gesehen, dass die institutionellen Anleger durchaus zuversichtlicher wurden, als wir am Support von 3.800 Punkte seitwärts gegangen sind. Da haben wir auch in den Videos drüber gesprochen. Kaufe Supports, Smart Money hat das offensichtlich getan, aber wenn wir jetzt ganz genau hinschauen auf der rechten Seite und das sehen wir hier in dieser Grafik nochmal stark verdeutlicht, das ist hier die Phase jetzt vom 20. Dezember bis letzten Freitag. Da sehen wir eindeutig im S&P 500 den Abtick in die Richtung des Widerstands jetzt von 3.900 Punkte und bei den institutionellen Anlegern sehen wir, dass jetzt wieder Vorsicht angesagt ist. Die fangen jetzt langsam aber sicher offensichtlich wieder an in die Rallye hinein zu verkaufen, während wir unten den schwarzen Indikator sehen. Dumb Money, die Kleinanleger, die sind jetzt wieder über das Zuversichtslevel von institutionellen Anlegern gestiegen. Das heißt, dieses Death Cross ist jetzt wieder aktiv. Ab diesem Zeitpunkt sollten wir jegliche Rallyes am Markt durchaus mit Vorsicht genießen. Und ich hatte es in den letzten Tagen unter den Videos immer wieder gelesen, ob ich plötzlich so bullisch bin auf die Märkte und da muss ich ganz klar sagen, nein, fundamental bin ich nicht bullisch aktuell auf den Markt. Aber ich bin mir auch völlig im Klaren, dass das Thema Timing extrem schwierig ist und dass eine mögliche Rezession und Abverkäufe, die durch eine mögliche Rezession entstehen, auch durchaus ein bisschen später im Jahr passieren können. Das muss man einfach auf dem Zettel haben. Und deswegen war ich jetzt technisch zuletzt durchaus bullisch auf den Markt, weil wir eben nach den Tiefs im Oktober einen herrlichen ersten Impuls gesehen haben der Rallye und jetzt den technisch nahezu perfekten Rücksetzer aufs 50er. Fibonacci sprechen wir heute natürlich auch wieder bei den Live-Chats drüber, welche Szenarien hier jetzt noch bevorstehen. Und das ist eben, muss man ganz klar sagen, das erste Mal im kompletten Wernmarkt, dass der Markt jetzt kontrolliert zeitwärts geht am Support. Aber es wird jetzt extrem darauf ankommen, wie der Markt mit dem nächsten Impuls umgeht. Wird es ein neues Hoch geben? Und das ist doch das Entscheidende. Der Markt muss jetzt über das bisherige Hoch um und bei 4.100 Punkte deutlich ausbrechen und dieses Level dann im weiteren Verlauf als neues, höheres Tief, als Support testen. Und da darf man ganz klar berechtigte Zweifel daran haben. Wo man auch berechtigte Zweifel daran haben darf, ist, dass wir jetzt direkt positiv in die neue Woche starten. Denn wir sehen hier die Risikoeinschätzung vom Sentiment Trader und beides, das kurzfristige und das mittelfristige Risiko sind jetzt zuletzt wieder angestiegen. Und da muss man ganz klar sagen, das sind natürlich auch jetzt am Widerstand von 3.900 Punkte keine strategischen, frischen Long-Einstiege mehr. Und auch der Optimismus-Indikator auf den S&P 500, die Spy Optics, geben uns aktuell durchaus ein interessantes Reading. Und zwar hier sind wir jetzt auch wieder eher am oberen Bereich angekommen. Und da muss ich wirklich sagen, das erinnert mich. Ich habe hier auch jetzt mal den 10 Tage gleitenden Durchschnitt über den Indikator drüber gelegt. Das erinnert mich wirklich schon extrem an die Situation nach der August-Rallye, wo wir eben stark runtergekommen waren, auch im gleitenden Durchschnitt, wie ihr hier in der gelben Linie seht. Und dann eben nochmal eine Rallye gesehen haben, die den gleitenden Durchschnitt dann nochmal ein bisschen nach oben gezogen hat, bis dann der finale Dip gekommen ist, wo dann eben auch der gleitende Durchschnitt zusammen mit dem Indikator in den extrem überverkauften Bereich gewandert ist. Und da war letzten Endes dann das Tiefdrehen am Markt. Müssen wir jetzt ganz genau beobachten. Aktuell ist die Situation völlig klar. 3.900 Punkte sind Widerstände. Der Markt kann jetzt vom aktuellen Level schon wieder abdrehen. Der wichtige und große Kernwiderstand, wie wir auch hier eindeutig sehen, ist dann der S&P 500 oder eben der SPY ETF bei 4.000 Punkte, respektive der ETF bei 400 Punkte. Und dann natürlich die große und wichtige Widerstandszone um und bei der 200-Tage-Linie. Und wir gehen mal vom kurzfristigen Blick auf die Märkte weg und schauen uns hier das langfristige Panic-Euphoria-Model an vom Sentiment Trader zurück bis 2008. Und das war in der Vergangenheit durchaus ein guter Indikator für Bodenbildung. Und da sehen wir, der ist aktuell wieder am Tiefstand angekommen, dieser Indikator. Und vor allen Dingen auch der gleitende Durchschnitt. 50-Tage-Schnitt ist deutlich zurückgekommen. Und da haben wir durchaus eine interessante Indikation, dass ein großer Teil von diesem Abwärtstrend im Markt bereits abgefrühstückt sein könnte. Worauf wir aber auch unbedingt hinweisen müssen an dieser Stelle ist, die Situation, die wir 2009 gesehen haben und auch 2016 war es ähnlich. Da hatten wir einen ganz klaren Doppeldip in diesem Indikator. Also wir dürfen nach wie vor natürlich den finalen Washout, das große Finale in diesem Bärenmarkt nicht ausschließen. Und wenn wir auch in die Vergangenheit zurückblicken, es gab keinen Bärenmarkt, der ohne einen Volatilitätsindex von deutlich über 40 bis 45 ausgekommen ist. Und das haben wir einfach, das muss man ganz klar sagen, im Rahmen von diesem Bärenmarkt noch nicht gesehen. Und eine Asset-Klasse, die möglicherweise von starkflationären Tendenzen im Jahr 2023 profitieren könnte, das ist der Goldpreis. Und hier haben wir auch technisch jetzt ein interessantes Setup beim Gold. Wir sehen hier die Gold Risk Levels vom Sentiment Trader unten, den Indikator mit dem gleitenden Durchschnitt. Und da sehen wir zurück bis 2018 waren wir im gleitenden Durchschnitt vor allen Dingen auch tief angekommen. Und das hat durchaus ganz gerne mal zumindest kurzfristige, möglicherweise sogar mittelfristige Aufwärtstrends generiert. Vor allen Dingen, wenn wir uns hier den Bereich anschauen von 2018, als wir unter der 200-Tage-Linie waren, dann drüber gestiegen sind und dann wirklich in einen zweijährigen Aufwärtstrend Gang sind beim Gold. Haben wir das definitiv auf dem Schirm. Wir wissen aber auch, dass aktuell meines Erachtens jetzt nicht unbedingt ein guter frischer Long-Einstieg ist, nachdem Gold so stark gestiegen war und jetzt auch vor allen Dingen zuletzt in so eine Art Blow of Top nach oben gegangen ist. Vor allen Dingen der Bereich ab 1800 US-Dollar kam mir durchaus nicht mehr ganz gesund vor beim Goldpreis, muss man ganz klar sagen. Aber wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Und Dips beim Gold vor allen Dingen wieder in Richtung der 200-Tage-Linie. Und wenn wir dann sehen würden, dass Gold die 200-Tage-Linie verteidigen kann, diese Dips werden durchaus interessant. Und warum ich, wie eingangs erwähnt, durchaus fundamental Sorge habe um den Markt, das sehen wir hier in dieser Grafik. Sieht ein bisschen wild aus, aber wir sprechen drüber. Und zwar ist jetzt vergangene Woche auch der Einkaufsmanager-Index in den Vereinigten Staaten der Dienstleister unter die wichtige Schwelle von 50 gefallen. Der aus dem verarbeitenden Gewerbe ist dort ja schon eine ganze Weile. Und wann immer das in der Vergangenheit der Fall war, also dass sozusagen beide Einkaufsmanager-Indizes unter 50 gefallen sind, was ja dann Schrumpfung andeutet, waren wir bei einer FED, die bereits entweder am Top ihrer Zinserhöhungen war oder bereits am Senken war der Zinsen. Und da haben wir natürlich jetzt in diesem Jahr eine völlig andere Situation, eine Wirtschaft, die jetzt wirklich, man kann es auch nicht mehr anders sagen, stark abkühlt, während die FED aber noch mitten in ihrem Kampf ist gegen die Inflation. Und da muss ich wirklich sagen, jetzt vor allen Dingen mit Blick auf die nächsten sechs bis neun Monate. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieses Thema ausgehen wird. Wir sprechen über das Thema Sentiment am Markt und die Umfrageergebnisse aktuell waren ja durchaus interessant. Während wir in der Vorwoche noch bei 50% Bären waren in der YouTube-Community, war das bei der letzten Umfrage deutlich bullischer. Dort kommen wir dann auf 37% Bären und 34% Bullen. Und es war auch vor allen Dingen am Ende durchaus eine freundliche Woche. Also hier herrlicher Indikator wieder. Da bin ich gespannt, wie die heutige Umfrage, die wir natürlich wieder im Rahmen von diesem Video starten, sich entsprechend ausspielen wird. Und unten siehst du das offizielle AA-II-Umfrageergebnis. Da waren wir jetzt zuletzt noch bei 42% Bären, aber auch bullischer als in der Vorwoche. Dort waren es nämlich noch 47%. Allerdings hier bei der offiziellen Umfrage extrem viele neutrale Marktteilnehmer, die sich eben jetzt den Beginn des Handelsjahres von der Seitenlinie anschauen, um dann eben auf eine entsprechende klare Richtung vom Markt zu warten. Das heißt, die nächste Richtung, Impulsrichtung, die der Markt einschlägt, könnte sich dann durchaus zumindest kurzfristig ordentlich beschleunigen. Der 4-Greetedex ist jetzt bei 46% im neutralen Bereich. Das heißt hier jetzt am Widerstand und nicht mehr im Bereich der Angst. Also jetzt hier zumindest im kurzfristigen Marktumfeld keine strategischen frischen Long-Einstiege. Wir schauen uns heute aber den S&P 500 natürlich im Detail an und wir gehen auch ganz klar auf Szenarien ein, wie man sich wieder und wann man sich wieder frisch im Markt positionieren kann. Im Fall eines Dipps, aber auch im Fall, falls die aktuelle Rallye sich kurzfristig noch fortsetzen sollte. Und damit kommen wir zum Wirtschaftskalender und das kann man sagen, es wird eine sehr, sehr wichtige Woche und vermutlich auch eine sehr volatile Woche. Am Dienstag erstmal die Rede von Jerome Powell um 15 Uhr und dann am Donnerstag 14.30 Uhr bekommen wir den Verbraucherpreisindex aus den Vereinigten Staaten. Die Inflationsangabe und die Breite wird eingeschätzt mit 6,5% in der Headline. In der Kernrate rechnet man im Monatsvergleich nochmal mit einer leichten Beschleunigung auf 0,3%, während man in der Breite im Monatsvergleich von kaum noch einer Inflation ausgeht. Hier mit 0,1% und das wird sehr, sehr spannend. Erstmal wie die Daten natürlich reinkommen und wie der Markt sie dann auch entsprechend aufnehmen wird. Und das meines Erachtens wird mitentschieden, wie der Markt jetzt im Rahmen der Woche laufen wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben in dieser Woche die erste volle Handelswoche sozusagen volles Volumen. Die Big Boys sind aus den Weihnachtsurlauben zurück in den Vereinigten Staaten und gehen wieder zu Werke und die haben natürlich jetzt gewisse Gewinne in den Depots und da bin ich eben sehr gespannt, ob jetzt zum Wochenbeginn dann wirklich erstmal Kasse gemacht wird, dass die diese Gewinne realisieren. Der Markt nochmal korrigiert und meines Erachtens werden Märkte am Support, also entweder nochmal bei den 3.800, möglicherweise sogar bei den 3.750 Punkten in die Inflationsdaten hinein. Durchaus freundlich und durchaus eine Möglichkeit wieder für eine starke Rallye, wohin gehen ich sehr stark besorgt wäre, wenn die Märkte jetzt steigen sollten. Und wenn wir uns dann am Widerstand um und bei 4.000 Punkten und der 200-Tage-Linie befinden würden, eben am Donnerstag mit den Inflationsdaten, da müsste man sich meines Erachtens dann eher absichern. Und auch auf der Seite der Earnings wird es jetzt durchaus wieder spannend. Wir stehen nämlich vor dem Beginn der ersten Earnings Season 2023 und ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, wie wichtig die wird. Und vor allen Dingen möchte ich da noch so ein bisschen einen Gedanken von mir hier mit reinspielen. Möglicherweise wird das sogar eine Earnings Season der positiven Überraschungen. Warum, sage ich euch gleich noch im nächsten Clip. Am Freitag geht es los. Du weißt, wenn die Banken melden, dann beginnt die neue Earnings Season. Und da sehen wir eben die Zahlen von der Bank of America, JP Morgan, Citibank und Wells Fargo unter anderem. Nachdem wir im Laufe der Woche noch die Nachzügler der abgelaufenen Earnings Season bearbeiten, unter anderem Montag die Zahlen von Tilray und Donnerstag meldet Taiwan Semiconductor. Und warum ich der kommenden Earnings Season zumindest eine Außenseiter-Chance gebe, durchaus positiv zu überraschen, das sehen wir hier. Die abgelaufene Earnings Season war nämlich mit 57% der Unternehmen marktbreit, die die Erwartungen der Wall Street schlagen konnten, 2313 an der Zahl, während 1727 Unternehmen gescheitert sind an den Erwartungen. Eine der schlechtesten Earnings Season der vergangenen Jahre. Und da muss man natürlich die Wahrscheinlichkeit zumindest ein bisschen mit einpreisen, dass die Erwartungen von den Analysten jetzt deutlich zurückgenommen wurden für die kommende Earnings Season. Und dass den Unternehmen die Möglichkeit bietet, sozusagen diese sehr niedrigen Erwartungen dann doch zu schlagen. Und das könnte natürlich dem Markt entsprechend für die kommenden Wochen durchaus Rückenwind geben. Haben wir die Earnings Season bitte als wichtigen Faktor auf dem Schirm? Und seid euch bitte auch im Klaren, die letzte abgelaufene Earnings Season war historisch schlecht. Damit kommen wir jetzt zur Chart-Analyse und ich möchte mal beginnen mit einem möglichen Szenario und auch mit der Erklärung, warum ich zuletzt, viele dachten es ist bullisch, aber ich war einfach nur technisch bullisch auf den Markt. Denn wir schauen uns hier mal den gesamten Abwärtstrend an und sehen, dass nach den Tops der Bärenmarkt-Rallys ausnahmslos der Markt direkt nach unten durchgestartet ist. Möglicherweise noch mit einem kleinen Impuls nach oben. Aber was wir bislang noch nicht gesehen haben, war eben diese durchaus bullische Konsolidierung nach einem milden Dip. Und hier habe ich jetzt mal ein Szenario eingezeichnet, was meines Erachtens durchaus extrem großen Schmerz auslösen würde. Nämlich eine Earnings Season, die den Markt jetzt positiv überrascht und die dann eben nicht nur einen kleinen Impuls auslöst, sondern die uns aus diesem durchaus erhöhten Niveau aus der 200-Tage-Linie ausbrechen lässt und möglicherweise sogar vordringen lässt in den Bereich der August-Tops, bis dem Markt dann eben auffällt, dass er viel zu weit davon gelaufen ist und wir dann eben zu einem späteren Zeitpunkt abverkaufen. Und diese Bewegung zur Downside eben möglicherweise dann wirklich ins Ziel von 3200 Punkte würde den Wix dann meines Erachtens garantiert auch über 45 schießen. Das ist für mich jetzt kein Primärszenario, aber ein Thema für den Markt, was ich definitiv im Hinterkopf behalte. Und hier bin ich sehr gespannt auf eure Reaktionen. Und ein Chart, der uns definitiv zeigen wird, wo die Reise lang geht, ist die Volatilität der Wix. Und da sehen wir jetzt eine interessante Konstellation, ein aufsteigendes Dreieck. Wir haben steigende Tiefs, aber wir haben auch ganz klar das Signal vom Markt, dass er derzeit noch nicht steigen soll, der Wix. Wir haben hier eindeutigen Widerstand um und bei 24 und auch die 50-Tage-Linie, die die Volatilität hier nach unten drückt. Also zumindest für den unmittelbaren Ausbruch war es hier jetzt noch zu früh. Und deswegen ist es durchaus wichtig, dass wir beobachten, wie der Wix sich jetzt hier verhält im Rahmen dieser Trendlinie, im Rahmen um und bei 21. Dann bricht er hier durch und testet das dann möglicherweise als Widerstand. Dann sehen wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nochmal einen Wix bei den 52 Wochen Tiefs. Und da ist dann eben die Frage, wie hoch steigt der Aktienmarkt im Rahmen dieser fallenden Volatilität? Und greift die Wall Street dann vor allen Dingen wieder zu beim Wix? Wird sich dann hier wieder großflächig abgesichert? Wird der Markt dann aggressiv abverkauft, aggressiv geschortet? Und sehen wir eben dann den steigenden Wix? Was wir aber auch als ganz krasse Außenseiterchance derzeit auf dem Schirm haben sollten, ist, dass der Wix hier dann drunter bricht im weiteren Verlauf und die Bullen dann sozusagen die Kontrolle über den Markt bekommen. Saisonal muss man allerdings sagen, stehen wir jetzt vor einer Phase der steigenden Volatilität. Gerade der Februar und März sind historisch gesehen volatile Monate. Ein weiterer Chart mit einer hohen Korrelation zum S&P 500 ist natürlich der US-Dollar-Index, der Dixie. Und da hatten wir zuletzt jetzt eine interessante Bewegung und da müssen wir auch ganz genau hinschauen. Der hat sich nämlich hier aus diesen Abverkäufen in dieser Range, die wir zuletzt besprochen hatten, durchaus ein interessantes Fibonacci abgeholt hier um und bei einem Dixie von 105. Er ist nämlich hier angelaufen als 50er Fibonacci und auch mitten in die Gewinnmitnahmezone. Was er nicht angetestet hat, war hier die 200-Tage-Linie, denn am Freitag gab es da eine dicke bärische Engulfing-Kerze und die müssen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt respektieren. Wir haben hier oben wirklich viel abgeholt, nochmal Liquidität abgeholt und dann wurde der Dollar extrem hart abverkauft und das ist jetzt definitiv ein Warnzeichen, dass es möglicherweise doch nochmal mehr Downside hier geben könnte. Kurzfristig im Dixie Kurse unter 103 sollte man sich dann, wenn man hier noch positioniert ist, mit einer Restposition im Dollar, weil das hier durchaus interessanter Support war, den man kaufen konnte. Aber jetzt Kurse unter 103 sollte man sich dann nicht mehr anschauen, weil dann der nächste Support, allerdings dann wichtiger Support, erst wieder kommt bei einem Dixie von ca. 101,5 und dann würden wir auch die Range ein weiteres Mal am Support testen und könnten natürlich dann in eine stark steigende Dollarsituation reingehen, wo wir dann möglicherweise sogar die übergeordnete Gewinnmitnahmezone abholen, die dann eben seit den großen Abverkäufen besteht. Ist jetzt eine spannende Situation im Dixie, beobachten wir natürlich auch täglich in den Videos. Jetzt derzeit allerdings nach einem starken Anstieg zuletzt durchaus mit bärischem Momentum zur Downside und hier bin ich sehr gespannt, ob das hier im Rahmen von dieser bärischen Engulfing-Kerze Follow-up bekommt und wie gesagt, wer hier noch drin ist, sollte spätestens unter 103 die Reißleine ziehen. Wir schauen auf die Marktbreite im S&P 500, die Aktien über ihre 50 Tage und da muss man wirklich sagen, das war einer der besten Indikatoren in den letzten Wochen und Monaten für gewisse Marktbewegungen, denn wir hatten hier zuletzt darüber gesprochen, dass wir nicht nur im Markt am Support sind, sondern auch bei der Marktbreite am Support sind, um und bei 40% Aktien im S&P 500 über ihre 50 Tage und ich hatte immer wieder auf die Ähnlichkeit mit der Situation hingewiesen, die wir im August und September gesehen haben. Erst die harten Abverkäufe nach dem Top und dann eben nochmal eine Rallye und es spielt sich jetzt tatsächlich zumindest der Beginn nahezu identisch aus. Wir haben jetzt am Freitag starke Anstiege gesehen, also die Kursgewinne haben hier die Marktbreite auf 66% wieder gedrückt nach oben. Wir sehen jetzt hier Widerstand bei den 66% und das ist jetzt eben die große Frage, kommt es jetzt zu einem Blow-off-Top, dass der Markt hier nochmal in der Marktbreite stark steigen kann über 75, möglicherweise sogar nochmal an die 80, 90% ran oder halten die 3.900 Punkte jetzt hier wirklich als Widerstand und der Markt verkauft direkt von diesem Level wieder ab. Das ist jetzt sehr, sehr spannend. Lasst uns hier die Marktbreite auch ganz genau beobachten. Die kann uns hier definitiv ein Frühindikator sein. Wir sind zurück im Chart vom S&P 500 und schauen uns hier zuerst den Tagesschart an. Hier ist nämlich wichtig, dass wir sehen, dass wir wirklich am Freitag die 50-Tage-Linie perfekt abgeholt haben hier oben bei einem Kurs von 3.906. Auch ganz knapp über die 3.900 gespitzelt sind, aber dann drunter geschlossen haben. Das ist jetzt erstmal ein Warnsignal vom Markt, was allerdings durchaus bullisch ist an der aktuellen Situation, dass das hier der höchste Tagesschlusskurs war im Rahmen der gesamten Konsolidierung. Also jetzt eine bullische Engulfing-Kerze, die hier diese gesamten Tage sozusagen rausnimmt. Deswegen müssen wir hier die Kerze so lange respektieren, bis der Markt hier bricht. Unter bezeichnenderweise die Kerze, was dann 3.800 Punkte sind und dann eben diesen kurzfristigen Aufwärtstrend bricht und eben auch den wichtigen horizontalen Support. Also das passt technisch hier herrlich zusammen. Deswegen seid mir jetzt hier auch vorsichtig an diesem Widerstand mit frischen Long-Positionen. Frisch-Long-Positionieren meines Erachtens erst, wenn der Markt hier nochmal zurückkommt auf diesen Support. Das muss man sich dann genau anschauen. Müsste allerdings vorsichtig sein, wenn er dann hier bricht, weil der richtige, echte Support, wie wir wissen und wie wir in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder besprochen haben, ist hier erst bei 3.720. Hier ist dann das 61er Fibonacci aus der Rallye. Dort wäre dann der technisch perfekte Zeitpunkt gekommen, um den Markt zu kaufen. Und da schauen wir uns hin natürlich, auch wenn das passieren sollte, jetzt im Rahmen der Woche ganz genauer. Oder du wartest auf den Ausbruch meines Erachtens und das müsste man dann aber sehr vorsichtig spielen und wirklich kurzfristig und sich zur Downside absichern. Wenn du hier ausbrichst aus den 3.900 Punkten dann hier einen Backtest bekommst, dann kann man sich positionieren für den letzten Teil der potenziellen Rallye. Müsste aber wie gesagt um und bei 4.000 Punkte dann extrem vorsichtig werden und sich die Situation eben anschauen, wie er sich verhält hier der Markt im Umfeld der 200-Tage-Linie und im Umfeld des wichtigen Abwärtstrends, was uns immer wieder in diesem Jahr bzw. im letzten Jahr gezeigt hat, dass Schluss ist. Aber, und da möchte ich noch mal auf das Szenario zu sprechen kommen, was natürlich klar ist, nimmt er das Level hier raus, dann gibt es einen gewissen Euphorie-Shortsquiz und dann müssen wir ganz genau hinschauen, falls das passieren sollte, wie wir uns um den Bereich von 4.200 Punkten aufhalten. Wird jetzt eine spannende Phase übergeordnet, ist allerdings das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn wir davon ausgehen, dass der Bärenmarkt intakt ist. Beim Nasdaq sehen wir es gleich noch deutlicher. Durchaus schlecht, weil die mögliche Downside im Rahmen des bislang so perfekt respektierten Trendkanals würde uns dann führen um und bei 3.200 Punkte, was ja auch bei einigen Großbanken eben den Boden des Bärenmarkts markiert. Also, wenn man sich alleine den Trendkanal hier anschaut, dann bist du aktuell natürlich, was dein Chance-Risiko-Verhältnis angeht, deutlich näher am Widerstand als am Support. Sieht mir meines Erachtens auch nach einem guten Short-Chance-Risiko-Verhältnis aus. Haben wir das auf dem Zettel aktuell? Kurzfristig bullish sein kann man, vor allen Dingen, wenn man hier diesen Support respektiert. Hab aber die wichtigen Widerstände um und bei 3.900 und vor allen Dingen dann 4.000 Punkte auf dem Schirm. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, damit du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Den Nasdaq 100 schauen wir uns auch zuerst kurz im Tagesschattern. Der hat hier auch wunderbar korrigiert, muss man einfach sagen, hat hier das 88er Fibonacci abgeholt von der Rallye. Also hier ein wunderschöner, tiefer Rücksetzer und würde sich natürlich hier auch anbieten für eine gewisse Rallye. Am Freitag haben wir geschlossen um und bei 11.000 Punkte und das ist hier jetzt an den wichtigen Widerständen und das hatte ich auch immer wieder gesagt, er muss hier diesen Trend zurückholen. Den machen wir jetzt ein bisschen dicker und zwar ist das der Trend von den Tiefs am 13. Oktober dann hier nochmal am 4. November angetestet und jetzt schaut euch an, wie aktuell und wie er hier aktuell und akkurat das jetzt derzeit als Widerstand testet. Also was zuvor Support war, wird jetzt hier zum Widerstand. Das müssen wir respektieren. Erst wenn er das wirklich eindrucksvoll rausnimmt, dann kann er steigen und dann ist auch der nächste Widerstand erst wieder hier natürlich diese horizontale Zone aus dem Ende Dezember, die wir dann respektieren müssen um und bei 11.300. Aber der kann dann hier auch ohne weiteres steigen hier in diese Bereiche vordringen um 11.500 bis 11.600. Jetzt eine wichtige Phase, nicht nur beim S&P 500, sondern natürlich passenderweise auch beim Nasdaq und aber übergeordnet möchte ich euch trotzdem auch darauf hinweisen, das war hier schon ein ordentlicher Impuls. Jetzt hier so eine Seitwärtsphase, das kann natürlich auch nochmal abverkauft werden. Deswegen haben wir die Downside auf dem Schirm und was völlig klar ist, tiefere Kurse beim Nasdaq als 11.700 Punkte hier, als diese Tiefs, die wir gesehen haben, wollen wir natürlich nicht mehr sehen. Erstens mal, weil dann hier das 88er Fibonacci bricht und weil demnach auch dann die Distanz zu den 52 Wochentiefs sehr, sehr gering ist und falls das rausgenommen werden sollte, kommen eben vor allen Dingen die Dickschiffe, die wichtigen Aktien Apple, Microsoft, Alphabet nochmal stark unter Verkaufsdruck, wenn der entsprechende Index ein neues 52 Wochentief macht. Und ein weiterer Index, wo wir das aktuelle Level unbedingt auf dem Schirm behalten müssen, ist der DAX. Ich habe jetzt mir ein bisschen rausgesoomt, damit wir wirklich mal sehen, wo wir hier angekommen sind und der ist hier an wichtigen Widerstandszonen angekommen. Definitiv müssen wir das auf dem Schirm haben, dass die 14.600 wichtiger Widerstand ist und wir brauchen auch nicht drüber reden, dass sich hier dann möglicherweise ein Doppeltop bilden würde mit einer bärischen Divergenz im Tages-RSI. Zuletzt waren wir hier überkauft sogar im RSI. Jetzt aktuell ist das Momentum deutlich geringer und das muss der DAX mit einer einzigen Bewegung außer Kraft setzen. Nee, das ist mögliche Doppeltop. Du musst hier impulsiv raus und dann musst du diese Zone, was zuvor Widerstand war, als Support testen. Dann kann es hier weitergehen und dann kann er sogar All-Time-High angreifen, wobei sich das durchaus seltsam anhört, das so zu sagen. Haben wir das bitte auf dem Zettel? Der DAX jetzt aktuell nach einer fulminanten Rallye und nach einem für diese Rallye viel zu milden Rücksetzer wieder an den alten Widerstandszonen angekommen. Und das wäre hier natürlich auch, wer sich das Ganze anschaut, ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Vor allen Dingen, wenn wir dann Schwäche sehen und wenn wir wieder einen DAX sehen unter 14.600 Punkten, durchaus auch eine Möglichkeit, den hier zu shorten an dieser Stelle, ausstoppen. Und da muss man völlig klar sein, müsste man sich natürlich, wenn der hier diese Hochs rausnimmt, weil dann natürlich nach oben noch mehr drin ist. Aber das hatte ich auch gesagt, was mir eben nicht gut gefallen hat, war dieser Tipp zuletzt und das ist meines Erachtens lediglich ein Fortsetzungs-Trade. Du hast gesehen, der Markt steigt breit wieder und dann fragt man sich natürlich, welcher Trade hat zuletzt am besten funktioniert. Es war der DAX und das sind dann eben in der Regel in solchen Bereichen die Trades, die wieder aufgesammelt werden. Wir brauchen aber nicht drüber reden, auch vor allen Dingen einzelne Aktien im DAX sind stark. Überkauft zum jetzigen Zeitpunkt der Index, übergeordnet wieder am Widerstand angekommen. Ich bin wirklich gespannt, ob der DAX diese Zone hier rausnehmen kann. Und ein weiterer Index, der nach einer fulminanten Rallye jetzt an Widerständen angekommen ist, ist der Hang Seng. Gestern ja auch das China Special auf dem Kanal. Fünf Aktien aus dem Hang Seng. In der Analyse schaut ihr das Video sehr gerne an. Und ich habe jetzt hier auch mal den Hang Seng ein bisschen rausgesoomt und wir schauen uns hier mal die aktuelle Situation an, wo der hier rausgekommen ist. Zuerst sehen wir hier eine wichtige Supportzone. Die wird gleich noch durchaus interessant. Um und bei 18.000 Punkte haben wir die mal so ein bisschen im Hinterkopf. Und wir sehen aber jetzt auch eine wichtige Zone, wo er angekommen ist und wo er möglicherweise Widerstände finden kann. Nämlich entweder hier die aktuelle Zone, und das war hier wirklich ein signifikantes Tief. Kann hier als Widerstand. Dino, wenn er hier noch ein bisschen durchgeht, dann sehen wir hier aber die wichtige horizontale Widerstandszone aus dem April und dem Mai. Und hier rechne ich dann durchaus mit einer etwas schärferen Korrektur im Hang Seng. Und dann würde sich übergeordnet nämlich eine interessante Chartformation ergeben möglicherweise. Nämlich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wenn der jetzt hier wirklich nochmal dippt und nochmal zurückkommt in den Bereich um 18.000 bis 18.500, wäre das meines Erachtens ein sensationeller Kaufzeitpunkt nochmal. Und würde möglicherweise im weiteren Verlauf, vor allen Dingen, wenn dann hier diese Nackenlinienzone rausgenommen werden kann, um und bei 22.000 durchaus nochmal deutlich mehr Abseite ermöglichen. Im Hang Seng. Spannend. Wenn wir uns die aktuelle Struktur dieser Rally-Struktur ist tatsächlich fast ein bisschen zynisch, weil das hat hier keine Struktur. Das ist im Endeffekt nur senkrecht drauf im Hang Seng mit minimalsten Rücksetzern. Und sobald dieser aggressive Trend hier bricht, gibt es eben einen Dip. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir dann durchaus hier in dem Bereich nochmal vordringen von den 22.000, dann sehen wir auch, wie wichtig die Zone plötzlich wird um 18.000 Punkte. Du bist nämlich hier genau in dem Bereich des dann gültigen 50er bis 61er Fibonaccis, also eben dem technisch bullischen Rücksetzer. Spannende Situation aktuell im Hang Seng. Aber ich sage es jetzt seit einigen Wochen hier, frische Long-Positionen machen jetzt für mich erstmal keinen Sinn. Schau dir an, wie dieser Trend jetzt hier zu Ende geht, dieser erste massive Impuls nach oben und dann die entsprechende Korrektur am Markt. Die schauen wir uns dann aber ganz genau an. Und ein weiterer Chart, der aktuell durchaus wunderbar technisch läuft, ist TLT, der ETF auf die langlaufenden US-Staatsanländer. Den hatten wir zuletzt hier im Video am Support. Wunderbar in diesem Aufwärtstrend. Das hat herrlich geklappt. Wir sehen jetzt hier auch wieder einen wunderbaren Impuls. Müssen jetzt hier aber Acht geben, denn man kann jetzt hier durchaus einen Fall aufmachen, dass der hier in der Welle C ist einer möglichen Harmonic, die dann gerne im Bereich der Welle D nochmal hart abverkauft wird und dann eben hier übergeordnet mit dem Ankerpunkt der Harmonic ein 88er Fibonacci bildet. Haben wir das so ein bisschen auf dem Zettel. Außer Kraft setzen würde TLT das natürlich völlig klar, wenn wir hier in diese Bewegung reingehen. Also der erste Impuls, dann der schöne Rücksetzer um und bei 60 Prozent. Perfekter Rücksetzer muss man sagen. Und dann muss er uns aber ein neues Hoch generieren und die 161er Extension nach oben wäre hier um und bei ein TLT ETF von 116. Und dann wäre hier auch eindeutig ausgebrochen aus der 200-Tage-Linie und könnte dann eben im weiteren Verlauf dieses Level-Back Backtesten, was zuvor Widerstand war, würde dann zum Support werden. Sehr, sehr spannend und ich bin hier wirklich gespannt, ob das Thema Anleihenbullenmarkt hier wirklich schon begonnen hat und wir jetzt hier in einem langfristigen Aufwärtstrend sind oder ob es eben am Zinsmarkt doch nochmal eine böse Überraschung gibt, dass die Zinsen nochmal stark steigen, was natürlich hier den Anleihenmarkt nochmal nach unten drücken wird. Wir kommen zum Bitcoin und der zeigt uns am Wochenende absolut keine Preis-Action. Geht hier seitwärts nach dem schönen Impuls, den wir am Freitag gesehen haben. Und das ist so ein bisschen ein Warnsignal jetzt für mich, weil natürlich sollten jetzt die Aktienmärkte zum Wochenbeginn Gewinnmitnahmen zeigen, dann hat der Bitcoin relativ wenig Luft zur Downside, bis dann hier dieser wichtige Akkumulationstrend bricht. Denn wir sehen ja übergeordnet beim Bitcoin durchaus steigende Tiefs. So ist es nicht, aber das muss er dann auch entsprechend fortsetzen, diese Bewegung. Und dann kennen wir unsere Kursziele. Das ist hier einmal die wichtige Schwelle von 17.600 und wenn er die rausnehmen würde, kann er hier in den Bereich vordringen. Um und bei 18.000 richtig spannend würde es allerdings erst werden hier um bei 20.000 bei der 200-Tage-Linie. Hier würde sich dann die große Frage stellen, ob der Bitcoin wirklich aus der Bodenbildung bereits raus ist. Aber das ist durchaus verdächtig, dass wir jetzt hier in dieser horizontalen Zone so starken Widerstand finden. Und wie gesagt, wenn die Aktienmärkte jetzt abverkaufen, dann wird der Bitcoin auch abtauchen. Dann hat er sehr, sehr wenig Luft nach unten. Ein erstes Warnsignal wären hier die 16.800. Hier läuft die 20 und 50-Tage-Linie. Die hat uns jetzt hier zuletzt durchaus getragen, wenn er die rausnimmt. Das wäre ein erstes Signal. Und wenn er hier diesen Trend rausnimmt, wenn diese Bewegung kommt und Kurse unter 16.500, das würde dann durchaus gefährlich werden. Und da müssen wir dann eben ganz genau hinschauen. Die letzte Bastion, die er verteidigen muss hier in dieser Struktur aktuell, wenn wir uns hier das Fibonacci anzeichnen. Das sind 15.800 Punkte. Hier ist exakt das 88er Fibonacci. Nimmt er das raus, gehe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es nochmal mehr Downside gibt beim Bitcoin. Und das wäre dann aus der aktuellen Struktur heraus entweder ein Kurs von um und bei 14.600. Das wäre das 127er. Das 161er zur Downside wären 13.600. Und das 200er Extension, also wenn da richtig Druck draufkommt nach unten, wären vom aktuellen Zeitpunkt aus ungefähr Bitcoin-Kurse um und bei 12.500 Punkte. Ist spannend. Habt das definitiv aktuell auf der Watchlist. Habt auch die Altcoins vor allen Dingen auf der Watchlist. Einige davon sehen durchaus gut aus, aber das klappt natürlich nur entsprechend vor allen Dingen die Altcoins. Wenn der Bitcoin Stärke zeigt und da sei mir vorsichtig mit den Levels zur Downside und nach oben natürlich die Gewinnmitnahmenzone. Wie gehabt, um und bei 17.600. Und wenn es hier rausgeht, dann eben um und bei 18.500. Ich bedanke mich vielmals, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10x Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du jederzeit Anfragen an mich stellen kannst für Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.